Die Desert Hydra und Fennec Fox, oder wie sie heißt. Finde ich auch sehr fesch. Ah, was ist das da für eine Wish-Dragon-Law? Die Hydra, das ist der geilste Game überhaupt. Der ist so sick, Alter. Die Medusa in einem ausgetrockneten See, oder was? Das Burn God 2. Dass du keinen Geschmack hast, wissen wir ja mittlerweile. Oh mein Gott. Da ist es nice, dir fehlt ja alles. Also das ist die Dua-Version. Ja, weil du deinen Kontrast auf 400% hast, deswegen sieht das so komisch aus. Da, du seht einfach nur rot. Einfärbig. Ich hab bestimmt seit 2 Jahren nicht mehr gespielt. Okay, seit 2 Jahren. Ja, ist wirklich so. Also aktiv. Äh. Ja, geh woanders hinweg. Gar kein Problem. Das ist Demokratie hier. Ich hebe gleich Kisten auf und ziehen live. Butterfly Emerald. 25.000 Dollar. Let's go. Ja, let's go. Ja, sehr schön. Das Impfe hat extrem viel Möglichkeiten. Ja, bla. Inferno hat mir allen nur aufgestapelt Bescheid. Das ist einfach ein taktisches Team. Man kann die nur bei einer mit der Waffe in der Hand rumlaufen, keine Nade kennen, ey. You'll be starting on the CT-Side. Nee. Also wenn ihr... Man, ihr Fax. Alle, die die Inferno gevotet haben, dürfen sich nicht auswählen, wo sie spielen. Ja, das ist richtig. Lass denen was überbleibt. Ja, okay. Okay, okay, okay. Okay, okay. Das ist okay für mich. Dann bin ich Hausspieler. Oh, ich komme DB, ne? Ach, warum spiele ich mit Vax? Weil ich Gottfiff was auf. Du, wir sollten uns nicht drüber beschweren. Oh, shit. Und tot. Und tot. Hey, Pool. Einer ist Banane rechts, rechts von dir. Ja, der kriegt ne Nade. Für ne Bude. Einer ist Pool links. Pool links. Ja, der ist down. Oh, mein Gott. Ich kann nicht treffen! Einer ist Banane wieder gelaufen. Gegen zwei. Bombe liegt in Ruine. Hinter euch ist der Schlüber. Ich glaube, einer ist Banane von denen gelaufen. Die sind zurück, oder? Könnte hinter euch kommen. Bombe liegt. Okay. Ja, der ist er. Ja, einer. Ui, was? Ui, 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 ui. Er ist alles auf. Eieieiei. Rechts. Wie, wieder ein Hardway, oder? 100% Headshot Rate. Wo ist sie? Ich würde erst sagen, das ist eine Behohlspur. Oh. War feiner. Noch ein am Spot am Grunde. Ich habe eine Flash. Ich flash durch Smoke. War das? Nee, ich flash nicht. Ich warte. Soll ich flashen? Nee. Von hinten. Von hinten. Von hinten. Alter. Na, ist gut, oder, Tim? Ja, ja. Ey, da war! Der Typ! Schon wieder selbe! Geht jetzt durch? Lang schon? Ja, ich geh auch so rum. Wir können CT kommen. Genau so. Noch einer, noch einer, noch einer. Gibt es bitte noch? Der ist um die Ecke gegangen. Glaube ich richtig lang. Zwei Leute hier. Haus, Haus. Noch einer Mitte. Dex ist ein Gegner, ne? Ich bin einfach krass. Ja, ich seh. Noch einfacher als Valorant. Hallo, komm mal aus. Ich bin gar nicht drin in CS, Alter. Nein, Dex ist einfach weggelaufen. Wir können sogar richtig kaufen. Im 8K und 7K. Ey, ich werde ohne Econ, ja. Entspann euch. Ihr macht das schon. Ich kann nächste Runde immer noch kaufen. Ja, aber legend für uns, dass wir mitkaufen können. Ja, dafür habe ich nicht drei Runden im Pief. Wie egoistisch, Alter! Weißt du, ihr shopft da jede Runde rein, als wenn ihr Geld umsaust und braust. Ah, danke, Smile. Danke, Smile. Okay. Ich... Ich truste, Dalu. Boah! Ich dachte, es wäre Kopf. Soll der Michael Jordan um die Ecke kommen, oder was? Vielleicht haben sie eine Pyramide gebaut, um mich zu überraschen. Anti-Pool und Pool. Dann Anti-Pool. Und Spot. Ja, links halt. Banane oben deaded. Banane noch. Rechts. Flashback. Flashback. Pool dead. Und noch Spot irgendwo. Hallo, Dark. Dark. Alter. Da-da-da-da. Ich snack mir die Points. Ich bleib grave hier, aber ich muss auch eine Kiste aufmachen. Ich hab das. Ich hab das. Ich hab schon wieder viel VB. Ich mach grad ne Kiste auf. Zu Hilfe. Zu Hilfe. Dadurch retten. Noch einer. Raus. Ja, ich darf jetzt hier. Noch einer. Raus. Noch einer. Noch einer. Noch einer. Der ist zurück. Zeit lang. Der Spoiler wahrscheinlich. Ich bleib dich kurz in. Dadurch. 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 Er hat 1 AP oder so. Sehr lang. Und kurz kommt. Hauer. Arithmetik. Boah. Dadurch. Du hast ihn. Ich glaube nicht. Geht ganz rechts hinten. Das ist er auf den Spot. Hau. Hau. Okay. Warte kurz. Wenn du kannst. Wer noch Spot. Hä? Er ist AFK. Und das ist ein Band. Ich bin die Messer an. Warte kurz. Oh, okay. Das war awkward. Ein Babygott. Ich dachte aber auch schon wieder, der wär tot hier. Ja. Der Diegel. Ist bestimmt von... Wex. Das ist beide, ja. Ich hab sie gesehen. Wenn du umso besser Schiff kannst. Oh. Okay, jetzt noch mal. Ich hab immer lange nicht gespielt und kann Game doch mal so ein bisschen pushen. Ah, alles wie damals. Hell,�, fahr mal. Selbst die selben wieessen Bollys. Halt mal dein Kooli. Äh, was war Magier? Was war Magier? Was war Magier? Was war Magier? Jetzt Loch, wächst. Ja, heute kommen neue Breachs, Mäle. Schüssel weg. Close, rechts, weg. Bin jetzt nur rechts, los. Oh! Hach dich, hab dich. Oh, das war fast keiner. Fast ne A, Kral. Jawoll. Von was für hässliche. Oh, nicht für Schmelle. Wir haben die Bombe in der Base gedroppt weg. die Acker haben. Oh, rechts! Die ersten Beine waren Banane. Fächer dadurch? Die Bombe liegt halt unten in der Welt. Ja. Die splicken da durch. Ich bin gleich in euch drin. Der stand schon Rampe, glaube ich. Die Rampe hat schon einer dahin geslebt. Ja. Ja, close. Schönes Ding, Harry. Das war's. Wow. Im Ernst? Ja. Das waren 15 Minuten, oder? Ja, aber wie viel besser es ist. Keiner will mehr die veralteten 30. Nice, die haben G-Alar. Noch nie so hoch gewesen, Mann. Gold Nummer 3. Ist das gut. Gold Nummer 3. Das sieht das MMR gut runter. Lass uns gleich schön wieder hier oben, wie heißt das nochmal? Astralis machen. Ja! Oh, Astralis doch mit dem auf den Rücken stehen und dann über die Wand schießen. Nee, das ist der Olof. Ah, richtig. Redskin sagst du? Knife, 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 Knife. Was ist das denn von der Scheiße? Oh, du hast ein Knife gezogen. Shadow Deggars, Brightwater, Kanal Wasser, Skid, ey. GZ? Das hat sich quasi gelohnt. GZ für die Bright City. 10 Dollar. Uiuiui. Geil. Gute Arbeit, Adosch. Machst du Solo A erst? Könnt ihr mal die Fresse halten? Was soll denn die Scheiße? GZ, Dadosch. Ey, das hätten 25.000 Dollar live sein. Ja, Brightwater Shadow Deggars. Geil mit B jetzt wegs. Geil mit B jetzt wegs. Und Dadosch doch. Alter. Scheiße! Bitte, noch drei.